Na, wenn das kein Flower-Power-Outfit ist! Herzogin Kate beeindruckt bei der Chelsea Flower Show in einem mit Blumen übersäten Maxi-Kleid. Die leicht zurückgesteckten Haare und der dezente Schmuck geben dem Look seine elegante Note. Doch Kate ist nicht die erste der britischen Royals, die sich für ein solches Kleid entschieden hat. Eugenie von York, Prinz Williams' Cousine, hat sich bereits in einem ähnlichen Kleid bei dem Gründonnerstagsgottesdienst gezeigt. Das Muster erinnert so stark an Kates Look, dass das bestimmt kein Zufall sein kann. Eugenie hat sich allerdings für eine etwas kürzere Version entschieden. Ihr Kleid reicht nur knapp bis zu den Knien, wobei Kates Version bis zu den Knöcheln geht. Dass sich Kate als wahre Stilikone von Eugenie inspirieren lässt, ist ein echter Freundschaftsbeweis. Die Dreifachmama hat aber auch bei einer anderen royalen Dame Inspiration gefunden. Die Herzogin von Kent hat sich bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan nämlich für exakt das gleiche Kleid entschieden. Einen deutlichen Unterschied machen hierbei nur die Schuhe. Kombiniert die Frau von Prinz Edward das Dress mit lässigen Turnschuhen, hat sich Herzogin Kate für schicke Wedges entschieden. Das Kleid stammt von Designer Erdem, von dem Prinz Williams schöne Frau bekanntlich ein großer Fan ist. Schön zu sehen, dass sich Kate gerne auch mal von anderen stilsicheren Royals inspirieren lässt.